Hö! Jetzt hab ich mir vergessen wo wir sind. Hä, wo sind wir denn hier? Hallo. Müssen wir etwa... Waren wir nicht hier schon? Nein. Ne stimmt. Ich glaub hier war ich noch nie, was ist denn das? Das ist ne geile Karte. Hier war ich schon mal. Zur Abwechslung? Echt jetzt? Ja. Und die ist noch größer als die andere Karte. Die andere große Karte. Kann ich hier hoch? Ja. Ach hier muss ich expiltrieren? Ne. Da sind die Leute drin oder was? die bösen menschen oder oder wie was muss ich hier machen nix dahin wo der typ sagt du musst hin ach so ach so dann machen wir das doch ja pass auf da war ich gerade schon hier das wechselt irgendwie ach so der läuft ja das absolute fair ja wie heißen die map keine ordnung ich weiß gar nicht gewählt habe jetzt das stautam ist es nicht okay egal da geht's ja schön dass sie wissen was wir machen müssen ja ich glaube ich habe jemanden umgebracht du sitzt hier fest und steht auf irgendwas glaube ich geht sich eigentlich in jedem modus einfach nur darum so viel wie möglich leute hinzurichten auf eine extrem bescheuert art und weise ja töten so weitermal der stadt wir sollen jemanden umbringen machen wir doch glatt wie viel weil sich diese map ist ist ja der wahnsinn was da war noch verbündete nein wie kann ich sie eigentlich unter die leiche fallen das geht doch gar nicht guck mal zwei verbündete stehen da rum und ich werde als einziger abgeschossen naja das ist doch mal wieder typisch hier guck dir mal diese map an ist ja der absolute wahnsinn wir müssen hier irgendwas machen jetzt habe ich die waffe gewechselt oder sind jemand unsichtbar ist ich muss auf jeden fall diese zelle hier jetzt gerade ja wir müssen nicht verhindern dass sie zu ihrem schifter tragen oder so ok exfiltrieren ja das würde irgendwie so machen ja ja und der typ ist unsichtbar der es trägt echt cool also jedenfalls ja er hat sie jetzt gerade abgegeben ja jetzt bist du dort so hier mal ich kann noch ins wasser oh ich kann schwimmen können wir ja du kannst richtig geil schwimmen das siehst du dann bei bei staudamm richtig gut ok ah shit du siehst mich nicht ja genau er hat mich voll getroffen hat überhaupt nicht gewackelt links und rechts mit der waffe ja nein das ist auch voll komisch ja ach guck mal fraps meldet sich wieder ist auch schön lebt noch ist doch immer wieder schön wenn man weiß dass die technik da ist ja sehr gut so auf jetzt boah ich bin ja schlecht ey wo ist der feind da tot feines hand ah energiezellen sichern ach der feind ist doch scheiße oh die haben hier alter ich drehe mich um waren zwei leute da das gibt es ja auch nicht wahnsinn was ist denn das für ein bogen müsst mich verarschen was denn ja und er hat mich anscheinend getötet indem er in die luft geboxt hat coole sache finde ich toll kann ich unterstützen ja der hat eine nanovision oder so einen scheiß der kann eine nanovision Wärme sehen ja da war gerade eine wärmebildkamera die hat gewechselt von grün auf gelb und dann halt normale farben schön krass ja die hecken doch alle die haben doch alle an hier guck mal ich verteidige die scheiße ja ich weiß ja nicht warum aber ich machs ja gut ich glaub und dann spawnt es wieder irgendwo oder so ok ah alpha nein ich hab gefehlt die waffe ist so unfair die alpha jackal ja echt mal ah mensch runde beendet east river jetzt wissen wir es wieder schön schöne map stimmt sehr vielfältig gefällt mir ja 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 ja